Es ist ganz klar verteilt, da ist Thomas natürlich der Fahrer. Ich bin der Harry. Erstmal fährt er sicher, schnell fährt er auch noch. Ich habe ein gutes Gefühl. Sie halten Neckarchen dann während der Zeit? Er telefoniert die ganze Zeit. Das meistens, ja, aber ich mache auch schon mal die Augen zu, das stimmt. Das ist aber ein Zeichen des Vertrauens. Absolut, Vertrauen vielleicht auch ganz wichtig in Ihrer Zusammenarbeit, Herr Schaaf. Vertrauen in die Fähigkeiten des Anderen, Vertrauen auch in Richtung Aufrichtigkeit, dass da hinterm Rücken nichts passiert. Ist das ganz wichtig in den vergangenen elf Jahren gewesen? Also ich glaube, wir können uns absolut aufeinander verlassen. Wir wissen, dass wir in die gleiche Richtung gehen, dass wir, wenn einer etwas übernimmt, dann weiß der andere, dass das perfekt läuft und dass man sich da keine Gedanken machen muss. Also dass man sich wirklich dann anderen Dingen aufwitmen kann. Und ich glaube, absolutes Vertrauen ist vorhanden.